Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich solche Bodeneinbaustrahler einbauen und somit auch die LED-Bodenbeleuchtung zum Beispiel bei einer WPC-Terrasse richtig anschließen kann. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich habe mir mal sechs solche Bodeneinbauleuchten zugelegt, die natürlich extra für den Außenbereich auch geeignet sind und diese möchte ich jetzt jeweils zwischen diese Geländerpfosten recht nah beim Geländer anbringen und hierfür benötigen wir eigentlich nur eine passende Bohrgründe natürlich und dann wird das Ganze auch schon von unten jeweils richtig angeschlossen. Zuerst mal müssen wir uns die entsprechende Position am besten mit einem Bleistift schön anzeichnen. Ich mache hierfür immer relativ gerne ein Kreuz, dass wir es danach beim Bohren auch noch schön erkennen können und ich habe mich übrigens auch dafür entschieden, dass wir die Bodeneinbaustrahler entweder direkt in die Mitte von unserer Diele setzen oder auch in die Mitte von diesen zwei Dielen hier. Würden wir das Ganze zum Beispiel bei einer Diele nur auf der Seite hier anbringen, dann würde es finde ich optisch nicht schön ausschauen und auch die Stabilität von dieser Diele, weil nur noch ein Außenstück hier dran bleibt, wäre natürlich deutlich beeinträchtigt. Außerdem sollten wir darauf achten, dass natürlich bei dieser Bohrstelle jetzt darunter nicht irgendwie ein Aluminiumgestell ist. Wenn es dann passt, können wir mit der entsprechenden Bohrgrunde auch schon unser Loch hier hinein bohren. Ich habe hier übrigens auch nochmal mit seinem kleinen Bohrer etwas vorgebohrt, dass ich einfach eine schöne Zentrierung habe und wir sollten natürlich jetzt auch die Schutzbrille nicht vergessen und einen Staubsauger am besten daneben laufen lassen. Die Bohrung schaut super aus, weswegen ich das Ganze auch schon von oben hier mal hineingeben kann und es passt wirklich auf den Millimeter genau. Das selbe Spiel machen wir für die anderen Lampen auch, dass ich hier jetzt in meinem Spalt nicht hin und her rutsche. Habe ich mir noch eine Führung gebastelt, einfach in der Mitte ein kleines Loch reingebohrt und hier außen zweimal mit einer Schraube in diesen WPC-Dielen fixiert. Da das Ganze hier am Ende ja sowieso als Reststück wegfällt. Die Lampen habe ich auch schon richtig eingebaut und jetzt müssen wir diese natürlich auch noch von unten richtig miteinander verdrahten. Hierfür habe ich unter jeder Einbauleuchte mal eine kleine Verteilerdose gesetzt. Das selbe Spiel natürlich bei den anderen Einbauleuchten genauso gemacht und dazwischen eine NIMM 3x1,5 Quadratmillimeter Leitung gelegt. Danach circa 15 Zentimeter noch in die Verteilerdose überstehen lassen und anschließend kann ich nämlich auch diesen Lampendraht von unten in meine Verteilerdose hineingeben, dass von oben auf gar keinen Fall irgendwie eine Öffnung ist, wo anschließend im schlimmsten Fall sogar Wasser reinkommen könnte. Bevor wir beginnen, sollten wir unbedingt die 5 Sicherheitsregeln einhalten. Hierfür gibt es natürlich auch schon spezielle Videos, die an dieser Stelle auf jeden Fall sinnvoller sind. Und wenn das Ganze spannungsfrei ist, dann können wir auch schon mal in all unseren Verteilerdosen zuerst einmal am besten den grün-gelben Schutzleiter zusammenklemmen. Hierfür bei normalen Vago-Klemmen das Ganze mal noch auf 11 Millimeter abisolieren. Und mit den richtigen Klemmen verbinden. Das selbe Spiel machen wir natürlich auch mit unseren drei blauen Neutralleitern und auch unser brauner Außenleiter darf nicht fehlen. Zum Schluss unsere Abdeckung noch von vorne aufsetzen und wir können auch schon bei unseren anderen Verteilerdosen genau das selbe Spiel machen. Die Zuleitung habe ich bewusst länger gelassen und werde das Ganze erstmal provisorisch jetzt auch miteinander verbinden. Das hat nämlich den Sinn, dass ich in einem extra Video auch noch einen sogenannten Dämmerungsschalter hier mit einbauen möchte, was einfach bedeutet, dass meine Lampen automatisch am Abend angehen. Wenn es einfach eine bestimmte Dunkelheit erreicht hat und nach einer bestimmten Zeit sollte das Licht dann auch wieder ausschalten. Jetzt gebe ich aber erst einmal wieder Spannung auf das System, um zu überprüfen, ob meine Lampen auch richtig funktionieren. Ich würde sagen, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen und auch von hier oben schaut es wirklich sehr gemütlich aus, weswegen wir unsere Bodeneinbauleuchten auch schon richtig eingebaut und vor allem auch angeschlossen haben. Wenn du dir für zu Hause übrigens jetzt auch solche Bodeneinbaustrahler, einen Dämmerungsschalter, passende Verteilerdosen oder natürlich auch so eine Lochsäge hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.